Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ansonsten bleibt auch immer schön sportlich fair. Los geht's jetzt mit Valencia gegen Atalanta Bergamo, viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Reinschalten. Und wie gesagt, Teil 2 bzw. Teil 4 kommt nächste Woche Montag. Los geht's! Dass die Offensive von Atalanta Bergamo nicht zu unterschätzen ist, das wusste man nicht erst, seitdem wieder mal sieben Tore gefallen sind in der Liga. Im 4 zu 1 Hinspiel konnte man auch diese Leistung zeigen. Nun musste man gegen Valencia aber aufpassen, denn die Spanier kamen früh vor das Tor und schlugen auf Ruzo Gonzalo Gedesch mit dem 1 zu 0 in der fünften Spielminute. Und nur zur Info, ein 3 zu 0 würde tatsächlich dem FC Valencia schon reichen. Aber da muss Atalanta Bergamo schon sehr stark nachlassen. Hier in der Anfangsphase waren sie aber überhaupt nicht drin. 13. Minute, Joffre Condogbia. Keine Viertelstunde gespielt, es stand 2 zu 0 und plötzlich Valencia nur noch einen Treffer von der nächsten Runde entfernt. Und was war mit den Italienern durch? Langsam fanden sie dann auch zu ihrem gewohnten Offensivspiel. Ilicic! Alejandro Gomez. Der macht das 2 zu 1. Lässt das Stadion erstummen. Jetzt braucht Valencia erstmal wieder 2 Tore, um die Verlängerung zu haben und dann dürfen sie auch keinen Treffer mehr kassieren. Große Herausforderung jetzt. Valencia startete eben richtig stark rein. Und Atalanta schlug einmal zu und das brachte dann auch das Selbstvertrauen für die zweite Hälfte. Über die rechte Außenbahn. Die Flanke in die Mitte gespielt. 55 Minuten waren hier von der Uhr nicht wirklich gefährlich. Doch die Gäste machten es jetzt ein wenig besser. Weil bisschen was mussten sie schon investieren. Sonst hätte das Valencia hier wirklich noch gut schaffen können. Und trotzdem ergaben sich solche Möglichkeiten. 67. Carlos Soler mit dem 3 zu 1. Und jetzt fehlte wieder nur ein Treffer zur Verlängerung. Immer wieder, um auf diesen Stand zu kommen, ackerte Valencia. Brachte viel rein. Atalanta Bergamo setzte Nadelstiche. Der Ball zurückgelegt. Optimal gemacht Alejandro Gomez. Mit dem 3 zu 2 in der 76. Nur das war tatsächlich jetzt die Entscheidung. Valencia bräuchte jetzt 3 Tore in den letzten 10 Minuten. Das ist doch relativ unrealistisch. Diese Auswärtstorregel ist einfach bitter. Macht den Spaniern einen Strich durch die Rechnung. Auch wenn Maximiliano Gomez nochmal das 4 zu 2 erzielen konnte. Immerhin verabschiedet sich der FC Valencia mit erhobenem Haupt aus dem Wettbewerb. Aber mehr war nach dem 4 zu 1 Hinspiel dann nicht mehr drin. Denn Atalanta schlug zweimal zu und zieht so ins Viertelfinale ein. RB Leipzig konnte überzeugen beim Hinspiel. Sie gewannen mit 1 zu 0 in London. Aber ein Tor ist vielleicht zu wenig gewesen. Denn es war deutlich mehr drin als dieser eine Elfmetertreffer. Die Hotspurs warteten unter Mourinho logischerweise ab. Das war zu erwarten. RB Leipzig tat sich schwer damit, das Spiel wirklich zu leiten. War ganz komisch, wie es hier ablief. 19. Minute dann mal so ein halbgarer Schuss. Es wurde nicht wirklich gefährlich, aber das ist eins der größten Highlights gewesen. Konnte Leipzig durchaus schmecken, denn Tottenham brauchte ja erstmal einen Treffer, um das Hinspielergebnis zu egalisieren. Luciele nochmal in der 27. Der Schuss aber abgewehrt, sodass auch das nicht wirklich Gefahr brachte. Mit dem Schienbein ist da der Gegenspieler dran. Loris konnte sich freuen. 0 zu 0 nach 45 Minuten ganz mager. Was Tottenham nach vorne ablieferte, das musste sich jetzt in den nächsten 45 Minuten klarerweise ändern. Ansonsten ist da nicht mehr viel zu holen. Jetzt kamen sie aber, die Gäste, in den dunkelblauen Trikots jetzt von links nach rechts spielen. Dele Alli, Wings nochmal zu Dele Alli. Alleine vor Gulaschi und der Stand 1 zu 0. Das ist eben das Ding, wenn man nur mit einem Treffer das Hinspiel gewinnt. Eine Unachtsamkeit und der Gegner ist wieder vollkommen im Geschäft. RB Leipzig wollte sich die 120 Minuten aber ersparen. Kam jetzt nach einer Stunde wieder in die gegnerische Defensivzone. Werner zu Marcel Sabitzer. Salahima durchgespielt zu Patrick Schick. Gut gemacht. Treffer hätte gezählt. Keine Abseitsposition. Doch auch das war nicht zwingend genug. Jetzt wieder Tottenham. Lukas Moura. Der hält aus dem Vorjahr gegen Ajax Amsterdam. Nimmt hier Wings nochmal mit. Lukas Moura. Einfache, schnelle Passstaffetten in die Spitze. Und Giovanni Loquelzo schlägt zu. 2 zu 0 in der 74. Minute. Und das bedeutete, Leipzig braucht jetzt noch zwei Tore. Ein 1 zu 2 würde nicht ausreichen. Mourinho ballte die Faust. Nach dem schwachen Hinspielauftritt konnte man damit eigentlich so nicht mehr rechnen. Aber sie sind eine international eingespielte Truppe. Das sah man jetzt. Trotzdem Leipzig nochmal. Patrick Schick. 85. Minute. Die Hoffnung lebte wieder. Das 1 zu 2 kam aber zu spät. Das letzte Highlight in dieser Partie. Es war eines zu wenig. Und Tottenham gewinnt mit 2 zu 1. Zieht durch die Auswärtstorregel in die Runde der letzten Acht ein. Und wird der FC Liverpool jetzt plötzlich doch etwas schwächelt. Nach einer unmenschlich guten Hinrunde verlor man zuletzt zwei Spiele. Also irdische Züge von den Männern von Jürgen Klopp. Im Hinspiel verloren sie mit 1 zu 0. Hier wollten sie ein schnelles Zeichen setzen. Aber Atletico machte das, was man von ihm von El Cholo unter Diego Simeone gewohnt ist. Defensiv so gut wie nicht zulassen. Wir sind schon in der 40. Minute. Weiter lauf jetzt über die linke Seite. Der Flankenball in die Mitte gespielt. Da ist Roberto Firmino auch noch mit dem Schopf dran. Doch für Jan Oblak ist das alles andere als eine Gefahrensituation. Und so ging es mit 0 zu 0 in die Pause. Das 1 zu 0 aus dem Hinspiel spielte Atletico dermaßen in die Karten. Sie konnten hier wirklich ihren Stiefel runterspielen. Und es kam wirklich sehr wenig von Liverpool nach vorne. Nur noch eine Viertelstunde zu spielen jetzt. Warten sie aber nochmal auf. Mané zu Roberto Firmino. Das erste Mal, dass Oblak wirklich gefordert ist. Wenn das so spät passiert, dann weiß man genau, was das für diese Partie bedeutet. Der anschließende Eckstoß brachte diese Szene. Mané holt sich den Ball noch vor dem Tor aus. Mané bleibt im Ballbesitz. Salah scheitert dann. Oblak, aber er setzt nach und der Ägypter schlägt zu. 78. Minute. Hoch verdient die Spielanteile. Weit überlegen auf Seiten der Reds. Aber den dann irgendwie über die Linie zu drücken. Wie auch immer. Wir sehen es hier mit dem Kopf. Dann so ein komischer Aufsetzer. Hauptsache der Ball ist drin. Jetzt hatten sie Blut geleckt. Die nächste Szene und das kann es. Das muss es vielleicht sogar sein. 83. Spielminute. Das 2 zu 0 auf dem Fuß von Oxlade-Chamberlain. Aber Oblak beweist seine Klasse. Klopp konnte verzweifeln. Gab es die Verlängerung. Atletico. Jetzt backen sie sich mal nach vorne. In der Nachspielzeit. Die dritte Minute angebrochen. Koke. Kotzball von Saul. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit. Schlagen sie zu. Das ist unglaublich. Und unfassbar bitter für den FC Liverpool. Damit war nicht zu rechnen. Alisson Becker. Über 90 Minuten nicht geprüft. In der dritten Minute der Nachspielzeit. Kommen die Gäste vor den Kasten. Und schlagen zu. Machen den Deckel drauf. 1 zu 1. Und das bringt Atletico tatsächlich ins Viertelfinale. Der BVB konnte im Hinspiel absolut überzeugen. 2 zu 1 gewann man. Trotzdem hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin sein können. Aber Schwarz-Gelb legte hier wieder richtig stark los. Überragend. Sogar zweite Minute. Jadon Sancho mit einem absoluten Traumtor. Das ist super gespielt. Dann dieses Auge für die lange Ecke. Navas schaut nun hinterher. Und sieht, wie der Ball im Knick einschlägt. Besser kann es für den BVB gar nicht beginnen. Paris braucht nun zwei Tore für die Verlängerung. Wir sind noch in der Anfangsphase. Die in weiß gekleideten Gastgeber. Nun auch das erste Mal nach vorne. Knapp sieben Minuten waren hier absolviert. Die Franzosen wussten, dass die Stunde geschlagen hat. Roman Bürki kratzt den noch raus. Der hätte eventuell den Weg ins Tor gefunden. Zehn Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Konnte Dortmund noch einen drauflegen. Sie blieben zumindest vorne dran und mauerten sich nicht hinten ein. Das war der absolut richtige Weg in dieser Situation. Emre Can zu Axel Witzel. Mit dem 2 zu 0 auf dem Fuß. 39. Minute. Der Belgier macht es nicht schlecht. In der Mitte war nicht wirklich einer mitgelaufen. Normalerweise steht da ein Haaland in dieser Situation jedoch nicht. Nochmal der BVB vor dem Seitenwechsel. Hazard und Axel Witzel. Belgische Kombination hier auf links außen. Eigentlich ein Fehlpass. Guerreiro holt ihn sich aber wieder für seine Spielkameraden. Witzel zu Emre Can. Und Keylor Navas packt nochmal einen aus. Das 2 zu 0 hätte hier schon die Vorentscheidung sein können. Dann hätte Paris vier Dinger machen müssen. Und das ist nicht die leichteste Übung. Gegen einen so diszipliniert spielenden BVB. Das 1 zu 0 aus der zweiten Spielminute stand. Man kann richtig zufrieden sein mit dem, was man da bis dato gesehen hatte als Dortmund-Fan. Paris wachte nun aber richtig auf und erzeugte einen ungeheuren Druck. Draxler 1 zu 1. 48. Plötzlich wieder vieles offen. Ein Treffer für die 120. Der französische Hauptstadtclub glaubte wieder an sich. Jetzt war auch noch genug Zeit, um einen Treffer, vielleicht sogar zwei, zu erzielen. Kylian Mbappé zu Neymar Junior. 57. Roman Bürki. Er wusste, auf ihn kommt jetzt einiges zu. Und den muss man so erstmal rauskratzen. Da unten. Der war wuchtig. Der war platziert geschossen. Super gemacht vom Schweizer. Doch den Gastgebern lief so ein bisschen die Zeit davon. Viertelstunde noch auf der Uhr. Wieder Neymar. Der beschäftigte die Dortmund da. Auch nicht so verkehrt. Schuss aus der zweiten Reihe. Der hätte fast den Weg in den Winkel gefunden. Knapper Meter, der da fehlt. Schlussoffensive sah nicht ganz so gut aus. Paris hatte das Pulver wohl langsam verschossen gehabt. Dortmund hatte Kraft gesammelt in der Defensive. Hatte hier noch die Chance, durch Hazard in der 78. alles frühzeitig klar zu machen. Doch Thorgan Hazard vergab. Trotzdem blieb es bei diesem 1 zu 1. Der BVB erkämpft sich verdientermaßen dieses 1 zu 1. Zieht nach dem Hinspiel 2 zu 1 ins Viertelfinale ein. Als erste deutsche Mannschaft. Yo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dahin und Adios. Bis zum nächsten Video.